Der Immobilienmarkt ist gefühlt fast tot und in einer skurrilen Abwärtsspirale. Wir sehen fallende Preise, wir sehen sinkende Transaktionsraten an den Immobilien, das heißt weniger Käufer und Verkäufer. Ja, Investoren wollen nicht mehr kaufen und die Mieten sind am Steigen. Das heißt, die Marktmechanismen funktionieren nicht mehr ordentlich. Dafür gibt es vielschichtige Gründe, die sich kurzfristig wohl auch nicht auflösen werden. Also, was ist da genau los und was jetzt tun sollst du verkaufen, wenn du aktuell investiert bist und überlegst zu verkaufen? Wie ist es als Investor jetzt einzusteigen in dieser Krisenphase? Sollst du jetzt neu bauen oder noch abwarten? Und wie ist der Ausblick für die Mieter? Wir schauen uns mal diese sehr, sehr interessante Situation aktuell an und eine Übersicht über den Immobilienmarkt im aktuellen Umfeld. Also, wir haben zum einen steigende Wohnnebenkosten, wie quasi schon eine zweite Miete, weil die Energiepreise angestiegen sind. Wir sehen erhöhte Grundsteuern und diese belastet Immobilieneigentümer natürlich finanziell noch zusätzlich. Wir sehen gestiegene Kreditzinsen und damit auch mehr Kreditrisiko. Ganz klar, weil die Finanzierung auf einmal deutlich mehr kostet, was es so ja schon über Jahre, fast Jahrzehnte nicht gegeben hat. Dann, Unterschreitung von Beleihungsquoten kann sogar zu Notverkäufen, Zwangsversteigerungen führen. Wir sehen eine wirtschaftliche Rezession. Also, es ist einfach nur, ich sage mal, die Augen öffnen nur in die Zeitung. Anschauen wieder, die Firma insolvent und die Firmen abwandern ins Ausland. Also, die Deindustrialisierung ist ja im vollen Gange in Deutschland. Juhu, hinein, jubelnd in den Abgrund. Dann, Gefahr der Privatinsolvenz. Das heißt, je schlechter es arbeitsmäßig der Bevölkerung geht, ja, desto schwieriger natürlich auch für die Immobilienmärkte, weil die natürlich auch damit verbunden sind. Ja, dann Fertigstellungsrisiken. Das heißt, wir haben zusätzliche Risiken, wenn man jetzt zu einem Bauträger hingeht, wenn die Insolvenz gehen, weil die natürlich auch nicht viel Planungssicherheit haben. Das heißt, die geben Konditionen und Preise raus, haben dann aber gesteigende Baukosten und keine ordentliche Planungssicherheit. Dann haben wir fallende Immobilienpreise. Das heißt, mit Preisrückgängen von teilweise über 10% und über 20% kommt sehr, sehr stark auf die Lagen an. Dann, was wir sehen können, einen realen Rückgang auf Basis notarell beglaubigter Transaktionen von Immobilienkäufen und Verkäufen. Dann Baugenehmigungen sind rückläufig. Ja, was das eh schon, ja, eingeschränkte Angebot noch weiter verknappen dürfte. Weil auch keine Anreize da sind, weil es einfach nicht wirklich rentabel ist, weil es kaum Renditen gibt für potenzielle Investoren. Dann, wir haben weniger Bauaktivität und steigende Mieten. Und was eben auch neue Investitionen im Wohnungsbau eher hemmt. Ja, dann die liebe Politik natürlich. Sie mischt sich überall ein, wo es Sinn macht oder auch überhaupt keinen Sinn. Wie das Gebäudeenergiegesetz, dann das Heizungsgesetz, Sanierungszwang, Grundsteuern haben wir uns schon angeschaut. Und mal schauen, was ihnen zukünftig noch alles einfällt, was Sinn ergibt bzw. keinen. Ja, politische Maßnahmen, diese verunsichern natürlich sowohl die Bestandshalter als auch die Investoren, als auch die, die eigentlich neu bauen wollen. Aber mit dieser Politik weiß man nicht, was die nächste Woche schon wieder aushacken und was ihnen da wieder an Skurrilitäten einfällt. Ja, und auch seitens der Politik gab es über die letzten Jahre vermehrt immer wieder Enteignungsdiskussionen, vor allem seitens der Linken, seitens der Grünen und seitens der SPD immer wieder mal ins Gespräch gebracht. Das heißt, Damoklesschwert, Vermögensabgabe und Enteignung. Ja, und in Deutschland fehlt Geld und zwar immer mehr und mehr. Das ist eine Berechnung von dem Institut von dem Professor Dr. Bernd Raffelhüschen. Und da sehen wir auch mal die implizite Staatsverschuldung. Und dann sehen wir, ja, das ist ein Vielfaches von dem, was wir eigentlich wirklich quasi haben an Zahlungsverpflichtungen zukünftig. Das heißt, auch wenn wir solche Sachen wie Rentenversicherung, Pflegeversicherung und Co. alles mit hineinrechnen, das heißt auch Immigration etc. ist auch dort mit berücksichtigt. Natürlich wissen wir es nicht genau. Es hängt von einigen Variablen ab. Was wir aber wissen, es ist ein Vielfaches von dem, was unser Bundeshaushalt jedes Jahr abwirft. Da dieser aber bereits voll ausgebucht ist, ist doch eigentlich eine berechtigte Frage. Wer und wie soll das eigentlich bezahlen, wenn der Bundeshaushalt so eh schon nicht ausreicht, die bestehenden Kosten zu decken und ein immer größerer, wirklicher Schuldenberg entsteht? Ist doch mal eine interessante Frage. Ich persönlich habe meine Antwort darauf, aber vielleicht solltet ihr die ja für sich selber finden und einfach mal dort oben mal drüber nachdenken. Hey, was passiert da und wie soll eigentlich diese bestehende Staatsverschuldung und die zukünftig auch, beziehungsweise die bereits eigentlich mit draufkommt, aber offiziell nicht ausgewiesen ist, ja, wie soll das eigentlich bezahlt werden? Kann das bezahlt werden? Und wenn nein, wie soll das Ganze dann bezahlt werden? Hm, ja. Dann der demografische Wandel der deutschen Bevölkerung. Sollte auch mittel- und langfristig zu einem Überangebot an Wohnraum führen. Jedoch nicht kurz- bis mittelfristig, aber nur langfristig betrachtet. Aber zum Glück haben wir unsere Politik und eine sehr qualitative und eine sehr kinderreiche Einwanderung, sodass dieses Problem uns wohl keine Sorgen machen dürfte, aber vielleicht andere Probleme. Nun ja, wir werden sehen, dass alles zusammen führt zu negativen Folgen, sowohl für Investoren, für diejenigen, die neu bauen, für bestehende Besitzer von Immobilien und auch für Mieter. Schauen wir uns die eigenen Situationen mal an und wo du für dich auch schauen kannst, in welcher Situation das du bist, vielleicht ja auch sogar in mehreren, und kannst dann für dich überlegen, okay, wie möchtest du weitermachen? Die Neubauten sind aktuell teurer geworden. Warum? Land bleibt weiterhin teuer. Wir haben höhere Kreditfinanzierungskosten inzwischen. Die Preise für Baumaterial und für die Handwerker sind explodiert. Das Statistische Bundesamt weist hier aktuell zwischen 3,7% Steigerung bei Gewerbeimmobilien und 4,2% bei Wohngebäuden aus. Jetzt muss man immer sehen, das ist die offizielle Inflation. Wenn man das immer vergleicht, wenn statistische Erschiebungsmethoden nicht verändert werden und so weiter, dann kommt bei der inoffiziellen Inflation, also echten Inflation, Schatteninflation, dann oftmals nochmal ein ganz anderer Wert heraus. Dann die Baufinanzierung. Diese bricht dramatisch ein. 2023 hatten wir noch 161 Milliarden an Krediten und damit nicht nur so wenige wie seit 2003, sondern auch satte 37% weniger als 2022. Das heißt, potenzielle Neubauer sind absolut verunsichert, was auch sehr, sehr gut zu verstehen ist. Dann die Hausbesitzer sind verunsichert. Das heißt, für diejenigen, die bestehende Immobilien haben, die Preise sinken und das kann noch weitergehen. Ich persönlich rechne auch damit, dass das eigentlich erst der Anfang ist. Und das heißt, wenn ich persönlich jetzt verkaufen würde, dann würde ich darüber nachdenken, wenn ein gutes Angebot kommt, auch zu veräußern. Besser wird es wahrscheinlich kurz- und mittelfristig nicht werden und es gibt vielfach andere interessante Möglichkeiten und Chancen. Dann, Investoren sind verunsichert über die Politik und weiter sinkende Preise und auch über sehr niedrige Renditen. Das heißt, die halten sich zurück und das auch zurecht. Und bei den Mietern, ja, ein kaum wachsendes Angebot trifft auf eine immer größer werdende Nachfrage. Ja, und dann steigen halt eben die Mieten, bis der Neubau sich wieder lohnt. Da ist es aber noch ein weiter Weg bis dorthin. Also im Prinzip ist jeder verunsichert, nur nicht die Politik. Die würde ich eher als verwirrt einstufen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oder vielleicht wissen sie sogar sehr gut, was sie tun und handeln einfach nach Plan. Nun ja, wir werden es vielleicht nie erfahren, vielleicht schon. Nun ja, meine persönliche Meinung zu den einzelnen Bereichen. Neubauer, ich würde auf jeden Fall abwarten, würde keinesfalls in diesem Umfeld mit diesen relativ hohen Zinsen, wo auch zu erwarten ist, dass diese eher fallen werden, wo auch gesamtökonomisch, gesamtwirtschaftlich mit so viel Unsicherheit und auch mit Staaten, die sich sehr, sehr schwer tun, auch die Zinslast zu bedienen und es auch kein Interesse daran gibt, beziehungsweise das System soll ja auch möglichst lang verlängert werden. Deswegen rechne ich auch wieder mit fallenden Zinsen und dass wir das Zinsplateau aktuell erreicht haben. Das heißt, neubauen würde ich definitiv nicht. Ich würde mir das eh überlegen, in diesem Umfeld, in dieser Unsicherheit generell an den Finanzmärkten, an den Wirtschafts- und Arbeitsmärkten, künstliche Intelligenz, was die nächsten fünf und zehn Jahre bei den Arbeitsmärkten richtig durchräumen wird, würde ich mir das eh überlegen, macht das Ganze Sinn und will ich in solchen Zeiten für 20, vielleicht 30 Jahre einen Kredit bezahlen und der vielleicht noch richtig schön knapp kalkuliert ist. Ich glaube, knapp kalkulierte Kredite, die werden zukünftig sehr, sehr vielen Haushalten das Genick brechen zukünftig. Also würde ich extrem vorsichtig sein. Und ich rechne damit, wir werden viel turbulentere Zeiten zukünftig erleben, als es die letzten Jahre waren. Also wir sind in einer großen Transformationszeit, allein schon mit technologischem Fortschritt, was exponentiell wächst. Themen wie künstliche Intelligenz, Blockchain etc. werden alles auf den Kopf stellen, was für uns, auch für uns heute noch normal scheint. Auch wenn wir schon viele Veränderungen hatten, die werden weiter zunehmen. Das heißt, kümmere dich um deine finanzielle Intelligenz. Du solltest deine größte Sicherheit sein in diesem aktuellen Umfeld. Es wird niemand kommen und dir diese Sicherheit von außen geben. Erst recht nicht die Politik. Vertraue nicht auf die Politik. Sieh das eher als andere, als dass du dich vielleicht, in Anführungszeichen, endlich um dich selber kümmerst. Ja, für bestehende Investoren. Also wenn es sehr gute Angebote gibt, dann würde ich persönlich verkaufen. Ich rechne damit, dass wir erstmal keine weiter steigenden Preise haben werden, sondern eher tendenziell weiter sinkende Preise. Wir hatten sehr, sehr starke Anstiege. Auch diejenigen, die ja Immobilien gekauft haben, haben davon profitiert. Wenn es dann mal ein bisschen weniger ist, so what? Das Problem ist halt, einfach trotzdem einen ordentlichen Käufer zu finden wegen der Unsicherheit. Weil auch für Investoren. Ja, wir haben ein großes strukturelles Problem im deutschen Immobilienmarkt. Und von dem her, ich sehe da auch keine Hoffnung als Investor. Also ich bin selber nicht investiert, würde es auch nicht machen. Bin andersherum aber selber inzwischen in neun internationalen Ländern investiert außerhalb der EU. Es gibt tolle Alternativen wie Dubai, Nordzypern, Lateinamerika. Und bei Ländern ist es immer so, es gibt größere Zyklen. Das heißt, wo es wirklich so eine Wachstumsphase ist. Es geht nach oben, es geht voran. Und das sind die interessanten Immobilienmärkte. Überleg dir jetzt in Deutschland oder auch in deinem Land, schau dir an, wo geht die Reise, wo geht die Tendenz hin. Da geht es vielleicht auch mal kurzfristig mal wieder besser nach oben. Aber schau dir an, wo geht mittel- und langfristig die Reise hin. Weil in diesen Immobilienmärkten und dort, wo es positiv ist, wo Kapital hineinfließt, wo sich Investoren wohlfühlen, da solltest du investiert sein und nicht dort, wo Gelder und Kapital abgezogen wird. Und deswegen schau dir die großen Trends an, die Marko-Trends. Und das macht absolut Sinn, dann dort investiert zu sein und eben nicht dort, wo es eigentlich abwärts geht. Also nicht den sogenannten Home-Bias, das heißt voreingenommen sein. Das heißt, ja, ich bin ja, ich lebe in dem Land XY und deswegen investiere ich vor allem in dem Land und dann eben andere Chancen liegen lassen bzw. den vollen Wumm-Abwärtstrend mitzunehmen. Ja, schön, dass du heute mit dabei warst. Noch der Hinweis, damit du aus unserer Community nichts verpasst, da gibt es ja noch viel, viel mehr. YouTube-Kanal abonnieren mit dem Glockenzeichen, ganz, ganz wichtig. Und vor allem auch, trag dich in unseren E-Mail-Verteiler ein. Jeden Freitag gibt dir neue Tipp-Mail raus zu einem neuen Freitagstipp-Video, so wie ja auch heute. Und damit du nichts verpasst, schau einfach immer die Freitagsmail an, da steht alles drin. Weil unsere Community ist viel, viel, viel mehr als diese Tipp-Videos hier. Ich freue mich auf dich nächsten Freitag. Herzlichst, dein Thorsten Wittmann.